In der Produktion ist es seit langem üblich, seine Abläufe kontinuierlich zu hinterfragen und zu verbessern. Aber wie sieht das eigentlich im Büro aus? Was ist mit den Büroabläufen? Hier steckt nach meinen Erfahrungen noch ein ganz enormes Verbesserungspotenzial in den Unternehmen. Und in diesem Video gehe ich auf acht Themenfelder ein, wie Sie Ihre Büroabläufe verbessern, Ihre Effizienz steigern können und die Zeit, die Arbeitszeit deutlich besser nutzen lässt. Lassen Sie sich inspirieren, los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Themenfeld Nummer 1, digitale Tools und Automatisierung. Ich weiß, das geht jetzt manchen auf die Nerven, als wie eine Schallplatte mit Sprung wiederhole. Aber es ist seit Jahren eben ein zentrales Thema und wird sich auch noch über die nächsten Jahre so bleiben. Gehen Sie Ihre Software mit kritischen Augen durch, ob die Ihre Büroabläufe so unterstützt, wie man es heute in einem modernen Büro eben braucht. Ich gebe Ihnen dazu ein paar Beispiele. Rechnungen Ihrer Lieferanten müssen in die Buchhaltung. Wenn Sie Ihre Buchhaltung nicht selbst erledigen, dann arbeiten Sie mit großer Wahrscheinlichkeit mit DATEV-Unternehmen online mit Ihrem Steuerberater zusammen. Das bedeutet, Sie laden die Rechnungen als elektronische Dokumente in DATEV, verarbeiten sie vor und übergeben die Belege mit den Stammdaten an Ihren Steuerberater. Das war der Buchhaltungsteil. Die Rechnung will aber auch noch bezahlt werden. Das Konto soll korrekt berechnet werden und das Zahlungsziel will beachtet sein. Viele Unternehmer, gerade im Bereich des Handwerks, legen jetzt im Online-Banking Ihrer Hausbank eine Terminüberweisung an. Manche schreiben die Rechnung auch noch in eine Excel-Tabelle als offener Posten. Das braucht man alles nicht, denn Sie können direkt aus DATEV heraus die Rechnung mit dem korrekten Konto und den entsprechenden Termin überweisen. Die Verzahnung von DATEV mit Ihrer Bank funktioniert über das Bankprotokoll EBIX. Das wissen viele nicht, weil der Steuerberater das nicht extra erwähnt hat. Genauso die monatlichen Abrechnungen von Lohn und Gehalt drucken viele Unternehmer im Büro eben noch aus und legen sie in das jeweilige Fach Ihrer Mitarbeiter oder teilen sie eben tatsächlich haptisch noch an die Mitarbeiter aus. Aber auch das kann man sich sparen. DATEV bietet eben ein Mitarbeiterportal, bei dem sich Ihre Mitarbeiter mit allen wichtigen Dokumenten selbst herunterladen können. Geht ganz einfach. Ist quasi wie so ein Cloud-Dienst. Muss man sich entsprechend anmelden und dann bekommt man das. Es geht also bei der Digitalisierung nicht darum, eine Software zu verwenden. Das machen ja nahezu alle Unternehmen. Ist ja nichts Neues. Sondern es geht darum, die verschiedenen Softwareprodukte nahtlos miteinander zusammenzuarbeiten und Medienbrüche in ihren Abläufen sollen eben entsprechend vermieden werden. Und hier steckt eben dieses erwähnte Verbesserungspotenzial. Bauen Sie eine sogenannte Toolchain, also eine Kette an Programmen, die ihre Prozesse von Beginn bis zum Ende unterstützt, ohne dass hier Mitarbeiter mit flinken Fingern mit STRG-C und STRG-V irgendwelche Daten kopieren. Sondern das muss in einem Rutsch durchlaufen. Das Gleiche gilt auch für das Thema Aufgabenverwaltung bzw. Projektmanagement-Software. Tools wie Trello, Asana, Monday oder das eben von mir verwendete A-Work helfen, Projekte zu organisieren und die Aufgaben zu verfolgen. Fast jeder Unternehmer, den ich kennengelernt habe, hatte schon irgendeine Art von Aufgaben- oder Projektverwaltung in seinem wahren Wirtschaftsprogramm. Aber das waren immer Funktionen, um die Kundenprojekte zu organisieren. Es gibt aber auch ganz viele interne Aufgaben, die jetzt nicht direkt im Kundenprojekt zuzuordnen sind, wie eben Rechnungen buchen oder einen neuen Beitrag für soziale Netzwerke zu verfassen. Den Vortrag bei der Kreishandwerkerschaft zu organisieren oder vorzubereiten und die Bestellenbesetzung für den neuen Büromitarbeiter zu organisieren und auszuschreiben. Das sind alles interne Aufgaben und die werden eben typischerweise nicht in der Warenwirtschaft mit den Kundenprojekten organisiert. Und deshalb gibt es eben auch immer wieder Probleme mit genau diesen internen Aufgaben im Büro. Ich lege Ihnen daher ganz besonders ans Herz, besorgen Sie sich eine vernünftige Software für die Aufgabenverwaltung, und zwar für alle Aufgaben, nicht nur für die Kundenprojekte. Wir nutzen A-Work und wen sich dafür interessiert oder es noch nie gehört hat, Sie finden dazu auch ein Video mit allen Vor- und Nachteilen, warum wir genau das nutzen und eben nichts anderes. Das sollten Sie mir nur mit anschauen, da habe ich das ausführlich dargestellt. Das zweite große Themenfeld ist effektives Zeitmanagement. Das beinhaltet analoge wie auch digitale Aspekte. Fangen wir doch mal mit den analogen Techniken an, die Sie sofort umsetzen können. Kennen Sie die Pomodoro-Technik. Arbeiten Sie in Intervallen von 25 Minuten mit kurzen Pausen dazwischen, um die Konzentration zu steigern. Man nimmt sich also eine Aufgabe vor, stellt den Timer auf sein Handy auf 25 Minuten und arbeitet an dieser Aufgabe. Und dann kommen eben 5 Minuten Pause. Ist die Aufgabe noch nicht abgeschlossen, dann schließen Sie sich die nächsten 25 Minuten an. Das geht so lange, bis die Aufgabe eben fertig ist. Und was bringt das Ganze? Ich meine, jedes Mal 5 Minuten Pause machen. Durch die kurzen, konzentrierten Arbeitsphasen können Sie Ablenkungen minimieren und sich besser auf die Aufgabe zu konzentrieren. Die eingeplanten Pausen helfen, Ermüdung zu vermeiden und die geistige Frische über den ganzen Tag zu bewahren. Die sichtbaren Fortschritte nach jedem Zyklus von 25 Minuten und das Gefühl, Aufgaben abzuschließern, steigern wirklich die Motivation der Mitarbeiter. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch die Zeitblockierung. Planen Sie den Tag in Blöcken, um sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren und Ablenkungen zu minimieren. Am besten nehmen Sie schon am Vorabend vor, was Sie am nächsten Tag für drei Aufgaben unbedingt erledigen wollen und blockieren Sie dafür die entsprechende Zeit. Auch bei dieser Technik hilft natürlich die vorher angesprochene Aufgabenverwaltung. Denn Sie können sich überlegen, welche der anstehenden Aufgaben, das sind ja oftmals Hunderte, die da irgendwie rumfliegen, als nächstes wirklich erledigt werden muss. Im Zusammenspiel mit MemTime, einer App zur Zeitbuchung, behalten Sie genau den Überblick, wo Ihre wertvolle Arbeitszeit hinläuft. Zum Zusammenspiel von A-Work und MemTime habe ich auch hier ein Video erstellt. Da können Sie mal mit reinschauen. Das wird auch das Thema Process Mining fürs Büro und kleines Geld möglich. Also wir bekommen nämlich Daten über unsere Büroabläufe und Prozesse, wenn Sie das zusammen verdrahten, MemTime und A-Work. Das ist der digitale Aspekt des Zeitmanagements. Buchen Sie Ihre Arbeitszeit auf Aufgaben, denn das wirkt wirklich wahre Wunder. Was Sie bei den Kundenprojekten vermutlich ja schon lange machen, sollten Sie unbedingt auch bei den internen Aufgaben einführen. Denn so haben Sie einen genauen Überblick, ob der Zeitaufwand für das entsprechende Ergebnis gerechtfertigt ist oder ob man sich den Prozess nicht nochmal genauer ansehen sollte. Übrigens eine Prozessverbesserung ist auch nichts anderes als ein kleines internes Projekt. Und wo gehört sowas hin? Sie erraten es vermutlich genau in die Aufgabenverwaltung. Das dritte Themenfeld ist die Kommunikation und Zusammenarbeit. Regelmäßige Meetings, also kurze Morgenbesprechungen über 5 bis 10 Minuten, helfen sehr, sich als Büroteam zu organisieren. Was sind heute die wichtigsten Aufgaben? Was ist liegen geblieben? Wo muss man einspringen? Wer hat noch für irgendwas Zeit? Wo kann man helfen? Wer braucht Unterstützung? Welche Aufgabe ist abgeschlossen? Und wo können wir sie sowohl geistig als auch in der Aufgabenverwaltung abhaken? So werden Probleme viel schneller sichtbar und man kann sich gegenseitig unterstützen. Solche Kurzbesprechungen lassen sich wunderbar mit Teams oder mit OneNote organisieren und durchführen. Selbst wenn einige Mitarbeiter nicht im Büro präsent sind, sondern im Homeoffice. Bei mir im Unternehmen hat sich als Zeit für das Morgenmeeting 8.30 Uhr bewährt. Das sind die meisten schon da und die, die erst später kommen, können noch vor der Abfahrt zu Hause via Teams daran teilnehmen. Also auch, wer vielleicht erst später ins Büro kommt oder eben artzyklisch fahren möchte, weil er auf seiner Strecke mit recht viel Berufsverkehr zu rechnen hat, kann eben auf die Anweise auch gut daran teilnehmen. Kommen wir zum vierten Themenfeld. Büroorganisation und Arbeitsplatzgestaltung. Sitzen die Mitarbeiter, die eng miteinander zusammenarbeiten, auch räumlich zusammen? Ein ehemaliger Kunde von mir, ein großer Immobilienbetreuer, hatte für die verwalteten Immobilien eine Werkstatt mit allen Gewerken, die sich vorstellen können, vom Elektriker zum Glaser zum Schreiner zum Lüftungstechniker usw., was man eben alles bei großen Immobilien alles so braucht. Insgesamt hatte er um die 60 Monteure und fünf Meister als Vorarbeiter in ihrem jeweiligen Meisterbüro. Also das war nicht wirklich ein kleiner Laden, die waren schon relativ groß. Die Assistenz, die die Telefonanrufe entgegennahm, Termine vereinbarte, Aufträge disponierte und den fünf Meistern wirklich zur Hand ging und echte Teamunterstützung leistete, die saß aber nicht bei den fünf Meistern mit dem Meisterbüro, sondern, jetzt kommt's, von jedem Informationsfluss abgeschnitten an einem völlig anderen Gebäude am Betriebsgelände. Und weil die Dame von jedem Informationsfluss abgeschnitten war, gab's auch ständig Missverständnisse und Nacharbeiten. Das konnte so nicht funktionieren, wie es organisiert war. Das ging dann so weit, dass es ins Persönliche abrutschte und sich Assistenz und Meister gegenseitig als Deppen bezeichneten. Das ist dann die Folge davon, eigentlich war der Prozess Mist, aber dann ist es irgendwann emotional und menschlich geworden. Was war passiert? Warum saß die Dame so wohl völlig anders? Offiziell war sie eine Assistenz und die Geschäftsführung wollte keine fest zugeordneten Assistenzen mehr, sondern einen Assistenzenpool. Also eine Gruppe von Mitarbeitern, auf die jeder im Unternehmen bei Bedarf zugreifen konnte. Und diese Gruppe saß beieinander in einem anderen Gebäude, um sich eben gegenseitig zu vertreten. Nur war eben der Arbeitsanfall für die Dame von den fünf Meistern und den 60 Monteuren im Hintergrund so groß, dass die faktisch nur für die fünf Meister und die 60 Monteure arbeitete und das eigentliche Konzept überhaupt nicht funktionierte. Also, setzen Sie Ihre Mitarbeiter räumlich zusammen, die viel miteinander zu tun haben. Befreien Sie sich von Papieren im Büro. Nicht, weil es nur teuer ist, sondern weil man es auch schlecht zusammenarbeiten kann, wenn man in einem Ordner etwas suchen muss, man aber gerade im Homeoffice ist. Damit sind wir auch bei einem ganz anderen und zentralen Thema Zettelwirtschaft. Zettelwirtschaft gibt es hier nicht nur analog, sondern eben auch digital. Und es ist völlig egal, ob Sie mit Post-its an den Monitor kleben oder mit Sticky Note die gleichen Zettel auf Ihren virtuellen Desktop legen als virtueller Klebezettel. Es bleibt eine Zettelwirtschaft. Solche Notizen gehören entweder in eine Notiz-App, wie zum Beispiel OneNote von Microsoft, oder wenn es eben Aufgaben sind, in eine Aufgabenverwaltung wie A-Work. Und warum das Ganze? Weil durch das einfache Teilen der Notizbücher bzw. der Aufgaben der Kollege oder die Kollegin einspringen kann, wenn Sie unerwartet krank oder sonst irgendwie verhindert sind. Und weil Sie diese mit anderen Informationen wie Besprechungsprotokolle, Dateien etc. verknüpfen können und Sie auch Ihren Arbeitsalltag entsprechend einplanen können. Übrigens, ein Urlaubsantrag und seine Genehmigung via Word-Datei und E-Mail ist nichts anderes wie digitale Zettelwirtschaft. Also, weg mit digitaler Zettelwirtschaft. Besorgen Sie sich vernünftige Werkzeuge, die die Zusammenarbeit wirklich unterstützen und sich nahtlos in Ihre Software-Landschaft integriert. Übrigens, die gefährlichste Form der Zettelwirtschaft sind Excel-Tabellen, Post-It- oder Schreibt-It-Unterlagen mit Passportern drauf. Ich habe hier mal was mitgebracht. Mike 07, Sommer 24 Ich habe schon Passwortverwaltungen erlebt, da sträuben Sie einem nicht nur die Nackenhaare. Es ist nicht nur fahrlässig, das ist vorsätzlicher Irrsinn. Schauen Sie mal zu diesem Video, da habe ich einen Tipp zum Thema Passwörter und Zugangsdaten für Sie. Das ist mit Sicherheit sehr lohnenswert. Zum Thema Büro gehört aber natürlich auch, dass man einen gewissen Minimalismus und ein paar Standards leben sollte. Auf den Schreibtisch gehört eben nur, was auch wirklich für die aktuelle Aufgabe benötige. Das gilt auch für den virtuellen Schreibtisch. Bei manchen beginnt diese Aufgabe ja schon bereits beim Windows-Desktop. Schauen Sie mal. Aber natürlich auch bei der Dateiablage auf dem Netzwerkspeicher oder in SharePoint. Mit der 5S-Methode bringen Sie Ordnung und Disziplin in Ihren physischen wie auch in Ihren digitalen Schreibtisch. Schauen Sie doch mal dazu ein Video an, wie man 5S im Büro gut umsetzen kann. Und nein, es geht nicht nur darum, einen Stellplatz für den Locher zu markieren, wie mancher eben über 5S spöttelt. Zum Thema perfekter Arbeitsplatz gehört natürlich auch ein funktionales Büromobiliar. Das beinhaltet nicht nur einen ergonomischen Bürostuhl, sondern eben auch Rückzugsmöglichkeiten für ungestörtes Arbeiten, Whiteboards für Ideen und kreatives Problemlösen im Team, einen Ort für eine Morgenbesprechung und ein angenehmes Büroklima durch Farbe und entsprechend viele Pflanzen. Ich hatte Ihnen 8 Themenfelder für bessere Büroabläufe versprochen. Auf die nächsten 4 Themenfelder gehe ich in Teil 2 im nächsten Video ein. Wie denken Sie bisher darüber? Schreiben Sie mir doch gerne Ihre Erfahrungen und Ideen in die Kommentare rein und lassen Sie uns darüber herzlich diskutieren. Wir sehen uns im nächsten Video bei Teil 2 zum Thema Büroabläufe. Da gehe ich nach den Basics in diesem Video auch noch mehr zum Thema Prozesse im Büro ein. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.